Die 5 besten TV-Schränke aus Holz im Vergleich Ich bin sehr zufrieden mit dem Vassagel TV-Schrank. Das Lowboard bietet ausreichend Platz für meinen 65 Zoll Fernseher und die drei Schubladen bieten genug Stauraum für Kabel, DVDs und andere Dinge. Das Industriedesign mit dem Stahlgestell und der Vintage-Braun-Schwarzen Farbgebung sieht sehr modern und stylisch aus. Die Montage war einfach und schnell erledigt. Ich kann den Vassagel TV-Schrank jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen und stilvollen TV-Möbelstück ist. Ich bin absolut begeistert von diesem TV-Stand-Schrank. Er sieht nicht nur modern und stilvoll aus, sondern ist auch äußerst funktional. Das Glasregal bietet ausreichend Platz für meine Elektronik und die RGB-LED-Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre im Raum. Der TV-Stand-Schrank ist für meinen 65 Fernseher perfekt geeignet und das Unterhaltungsgerät ist ein echtes Highlight in meinem Wohnzimmer. Ich würde diesen Standfuß jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen und exklusiven TV-Stand ist. Ich habe den Vassagel TV-Schrank gekauft und bin absolut zufrieden mit meiner Wahl. Die offenen Fächer bieten viel Platz für meine Geräte und ich kann meine DVDs und CDs in den geschlossenen Fächern unterbringen. Das Industriedesign passt perfekt zu meiner Einrichtung und der Vintage-Braun-Schwarze-Look gibt dem Raum eine gemütliche Atmosphäre. Der Aufbau war einfach und ich konnte den Schrank selbst zusammenbauen. Ich empfehle diesen Fernsehtisch jedem, der auf der Suche nach einer schönen und praktischen Lösung für sein Wohnzimmer ist. Ich bin absolut begeistert von meinem Vida XL Akazienholz-Massiv-TV-Schrank. Der rustikale Vintage-Look passt perfekt zu meiner Einrichtung im Wohnzimmer und das massive Akazienholz fühlt sich sehr robust und langlebig an. Der Schrank bietet ausreichend Platz für meinen Fernseher und ich kann auch noch DVDs, CDs und andere Dinge in den Fächern verstauen. Die Montage des Schranks war sehr einfach und es waren alle notwendigen Werkzeuge im Lieferumfang enthalten. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde diesen TV-Schrank jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem stilvollen und funktionalen Möbelstück ist. Ich habe den Miadomodo Lowboard Fernsehschrank gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Der Schrank hat genügend Platz für meinen 65-Zoll-TV und bietet zusätzlichen Stauraum für andere Geräte. Die Kabelöffnung macht es einfach, alle Kabel ordentlich und versteckt zu halten. Die Qualität des Schranks ist hervorragend und das Design ist wunderschön im Vintage-Stil gestaltet. Der dunkelbraune Ton passt perfekt in mein Wohnzimmer und das Möbelstück ist gut verarbeitet. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den Miadomodo Lowboard Fernsehschrank nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.